25 werden ich Entschuldigung werden nicht reichen, wollte ich gerade zeigen Kaka So Machen wir mal so und so und so und den tun wir auch weg, den Kaka und dann so 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 und so und so und so und so und so und so so und so und so jetzt auf der gegenüberliegenden Seite noch eine Fackel anbringen das ist nicht die gegenüberliegende Seite aber jetzt so, treppen brauchen wir da ich jetzt gerade keinen Bock habe und ich nicht weiß wo Treppen sind machen wir uns einfach mal kurz ein paar ich mache schon wieder viel zu viel sinnloses Zeug hier, fällt mir gerade auf so wie immer so wunderbar bringt's total, weil wir den Weg ja so oft gehen soll ich jetzt hier zumachen? ne, aber ich mache da noch eine Leiter hin haha da kann man hier einerseits so runterfallen und auf der anderen Seite mache ich jetzt unten da mache ich auch so was hin ne, da kann ich nämlich da oben, da kann ich da bequemlos runterfallen, äh bequemlos, problemlos runterfallen glaube ich und ich werde dann von einer Seite gestoppt ja, das ist eine very good idea la 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 ein schwarzes Schaf oder ein hellgrau, äh dunkelgrau wow, die Good Friday Form ist voll fertig würde ich sagen jetzt rissen wir hier uns doch mal nochmal ganz kurz durch der ist jetzt schon wirklich sehr viel wieder fertig der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig da und der und der und zack und der und der noch nicht, aber der und der und der und so und ja und da halt auch noch so, gell und ja ich platziere Samen und haben 18 Getreide gefarmt das ist jetzt auch fertig das dürfte jetzt auch fertig sein schon haben wir 20 Getreide geformt toll, oder? nein äh so rum und Bambus, soll mal Bambus formen ach, kack doch drauf Tierkugel unser Nazi-Haus da unten böse Nazis Adolf Hitler du bist Hitler ich bin Rotenkrebs-Creme du bist tot Sieg Gift und Nick nuclear missile bomb to us I will never gift a nuclear missile bomb to you ok ein bisschen falsch, aber egal ok, da wird sich hier eh nur sinnlos umeinander um hüpfen würde ich sagen ab zum ab zu U-Bahn weil wir haben ja keine keine keine, 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 keine mehr gell mhm wer wüsst, was ich meine, gut und deswegen sollen wir nicht mehr ah, wir haben keinen Diamanten mehr deswegen weil ich Trottel ja Diamanten für Schaufel und so ne Kacke ausgeben musste aber wir werden uns kein Entschieden und dafür irgendwie die Schaufel wegwerfen oder so obwohl das wäre eine Idee, hm ne, ich muss standhaft, standhaft bleiben ich muss meinen meine eigenen Ziele muss ich verfolgen ach scheiß doch drauf ne, ich muss mich verfolgen wir gehen spazieren wir gehen in die U-Bahn wir gehen in die U-Bahn ja, wir gehen in die U-Bahn oh yeah ich war noch niemals in der U-Bahn wie oha da wird's runtergehen ich werd gekloppt mhm okay, wir haben jetzt zwar kein Material und so nen Scheiß dabei aber naja, das macht schon was weil es dann schwerer zu arbeiten ist, finde ich aber wir können jetzt trotzdem schon mal da ein bisschen weiter machen dann haben wir später nicht mehr so viel zu tun dann haben wir später nicht mehr so viel zu tun dann haben wir später nicht mehr so viel zu tun das ist doch super Idee, oder? so, wir können jetzt hier den ganzen Scheiß da rausholen und da muss auch das da weg ich habe mir ein siebter Standbein geschaffen und einen Schritt in die Literatur hineingewagt mein neues Buch die 50 schönsten Bambkanturen jetzt sofort, ob sofort im Handel bei einem OMV Tankstern OMV? heißen, heißen sie schon OMV, oder? ich tanke nie bei OMV das liegt daran, weil ich kein Auto habe würde ich bei Shell tanken, dann hätte ich ein Auto wobei ich dann auch nicht bei Shell tanken würde ach Gott, ich glaube, so viel schönes Zeug ne, jetzt ist das eingefahren ähm obwohl wir könnten da vorne noch was haben die, 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 die ja, ja, dieses zurücklaufen, das ist ein Seemich, äh schöne Arbeit da müssten die Steine drin sein, herzlichen Glückwunsch ah, cool, wir haben sogar 26 Clean Stunts dabei hättest mir das mal eher gesagt, nicht? so, Schienen nehmen wir einfach mal alles mit Holz nehmen wir auch mit nehmen wir mit, brauchen wir alles Fackeln nehmen wir auch mit aber das lassen wir dafür da ok, wo ist unser Minecraft, unser Minecraft ist da das heißt, einmal alles rüber und dafür das Holz dann daher und los jaja nein, jetzt habe ich die Kacke wieder ach ja jetzt habe ich sie wieder los ich muss mich da jetzt mal und jetzt hinsetzen ich sehe fast gar nichts, Leute ist so hell hier draußen so erst mal Schienen verlegen ja, so nicht am besten zack, 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 zack ja was macht diese Scheiß Alternator da oder Fockerl genannt eigentlich ist das mit dem Kies völlig sinnlos aber ich finde, das ist eigentlich so ziemlich einzige Sache für die man Kies brauchen kann und Wege vielleicht noch wie es Kronk immer schon macht aber ansonsten finde ich, das Kies ist total sinnlos ich meine, zum Bauen kannst du es nicht hernehmen, weil es scheiße ausschaut so nächstes Deck ich hoffe, wir haben oben noch was ich denke schon so dann machen wir da mal noch zu ja, so nicht so und da und da und dann einmal hier komplett drüber so so und so hä ne, das war ein Fehler ich weiß das heißt, das da gehört zugemacht und da muss man einmal einmal zurückgehen so so dim 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 ah! oh Gottchen oh Gottchen Mensch, Junge, was machst du denn da wieder? wieso ist da noch Kohle? ah! ich hab's krumm ich hätt's krumm sehen müssen, nicht? Gott hat mir gesagt, pass auf und ich hab gesagt ficktisch ne, hab ich nicht gesagt ich liebe Gott ich bin total der gläubige Kerl die Kirche hat uns immer die Wahrheit erzählt garantiert naja wir sind hier nicht da, um über kirchliche Fehlverhalten oder andere Fehlverhalten zu diskutieren und deswegen ähm werde ich jetzt so radern, dass ich dass mich keiner versteht weil ich nämlich nicht weiß, was ich sagen soll denn ein U-Bahn-Bau ist total behindert, wenn man es nicht bauen kann wie behindert aber noch viel schlimmer würde ich mal sagen, ist die hohe Sterblichkeitsrate bei U-Bahn-Bauern ja, da sollte man wirklich sich mal drüber den Kopf zerbrechen lassen sich darüber den Kopf zerbrechen lassen denn stellt euch mal vor oh, es ist dunkel ich seh nix mehr ich bin blind irgendwas wollte ich sagen helft mir auf die Springe, Leute stellt euch mal vor unser Auto wäre ein Boot also unser Minecraft, ja und dann stellt euch mal weiter vor dieser Kies wäre ein Eisberg das würde mit Sicherheit scheiße ausgehen ne ich mein die Titanic wurde erbaut in 3 Jahren oder so und gesunken ist sie in 2 Stunden wer das nicht glaubt, der kann es nachlegen irgendwo keine Ahnung zum Beispiel auf dem Minecraft-Sven-Server oder auf dem Dinecraft-Server wie er jetzt heißt wende die 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 Vielen Dank.